Alles ist gut, solange du wild bist. Endlich gibt es die ersten drei Bände meiner Buchreihe, die wilden Kerle, neu überarbeitet und vierfarbig illustriert, in jeder eurer Lieblingsbuchhandlungen zu kaufen. Also geht los und holt euch die Geschichten über den Klassiker, den Kampf der wilden Kerle gegen den Dicken Michi, die Geschichte über die Gründung der Kerle im Kampf gegen den großen FC Bayern München und die Geschichte über das Mädchen mit den wohl berühmtesten Fußballschonen der Welt.